Halli, hallo, hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Division. Ja, und wieder mit am Start ist der Rewano. Hallöchen. Und der Crazy Freak. Hallö. Okay, und ich hab mir jetzt gerade mal so ganz spontan entschieden und wollte euch fragen, komm, wir stehen jetzt hier vor dem Einsatz, sollen wir den gleich machen? Alle so begeistert. Also ich sag ja. Ja, wäre ich auf jeden Fall auch dafür. Dann haben wir die Sicherheitsstation, dann können wir da endlich auch mal was einlösen für unsere Talente und so. Warte, ich hör mal ganz kurz. Aber ich, bei mir ist die Grußfunktion weg. Ich werde mal ganz kurz draufklicken und dann hören wir nämlich, was die, was die zu sagen haben. So. Ja. Dieser Tunnel ist unsere wichtigste Nachschublinie für Waffen, Nahrung und Medikamente aus der Außenwelt. Aber eine Gruppe Aufständischer mit Sprengstoff versucht die Quarantäne dort zu durchbrechen. Noch hält ihn eine Garnison der JTF stand, aber sie werden schwächer. Und wenn die Aufständischen die Schleusen sprengen, um durchzubrechen, wird der Tunnel geflutet, die Nachschublinie geht verloren und jede Menge Leute sterben. Wir haben die Bestätigung, dass Benitez dort mitten im Getümmel ist. Der Tunnel muss gesichert und Benitez zur Basis gebracht werden. Ich bin extra langsam nach vorne gerufen. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Normal oder schwer? Äh, schwer. Okay. Schwer. Gut. Aber mit taktischer Absprache geht das schon. Genau. Da ist jemand, der braucht Hilfe. Na dann helfen doch. Wollen wir noch die Erfahrung mitnehmen? Hä? Der braucht Wasser. Wieso habe ich nicht genügend Wasser? Dann verarscht mich doch. Ich kann den gar nicht genügend Wasser. 186 EP. Warte mal, schicke Baumwolljacke habe ich jetzt bekommen. Äh. Oh ne, schicke Baumwolljacke. Ich glaube, man ist hier zu viel am Hund zu. Aber sonst merke ich mich nicht. Schicke Baumwolljacke. Ups. Guck ich mir mal an. Ich habe sogar Punkte gekriegt. Ich habe den Hund am Gegenalter 186 EP gekriegt. Ja, du kriegst bei Hunden kriegst du EP. Bei Ratten kriegst du einmal EP und dann nicht mehr. Aber bei Hunden kriegst du ständig EP. Okay, liebe Freunde, wir gehen jetzt hier ins Gebiet rein. Und hier, Agent. Und hier, Quäler. So, ich schaue. Warum, ich schaue. Okay, ich schaue, okay. Ich habe wieder sofortige Unterstützung am Kontrollpunkt linken Tunnel. Diese Arschlöcher stürmen die Blockade. Wenn sie die Schleusen sprengen, könnte das ganze Ding geflutet werden. Okay, ähm. Klingt nach. Moment, Moment, erst mal ganz kurz. Oder gehen wir noch bis zum Eingang? Ja, das müsste es noch gehen. Okay, erst mal alle Deckung. Hast du schwer gemacht? Ja, crazy, das ist keine Deckung. Ist ja auch keiner. Die Mission hat ja sozusagen noch gar nicht angefangen. Wir sind ja noch ganz klar. Geht alle bitte in Deckung. Crazy geht überhaupt nicht. Hallo, ich bin da. Zuerst mal Deckung, ich scanne mal kurz. Geht mal Deckung, hallo. Hier ist noch nichts. Wir müssen doch, wir müssen doch erst mal zu dem Punkt da hinten hin. Da sollten stehen sie. Klar. Da stehen sie, ja. So, ich gehe vor zu dem, was weiß ich. Oh, die sind schon wieder lila und Stufe 5. Aber wir sind wir auch diesmal. Alles klar, seid ihr, ich mach mal einen Scanner. Jeder geht in Deckung bitte, ich gehe mal hier drauf. Hat hier doch ein Schussfeld zu den Typen? Ja, geht so. Ja, dann sucht ihr mal irgendwo ein Schussfeld. Ja, linksrum ist doof, weil da sehen sie einen direkt. Ich habe eine gute Deckung. Warte, dann gehe ich hier hinter das. Du kannst gerne hier zu meinem Auto. Warte, 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 warte. Crazy, komm zu meinem Auto und ich gehe vor zu dem Schussfeld. Also ich habe einen direkt im Visier. Ich könnte den direkt den Kopf weg, man. Was macht er denn? Ja. Komm zu meinem Auto, ich gehe vor zu dem schwarzen Auto. So, ich bin in Deckung. Ich habe einen im Visier. Sag Bescheid, wenn ich abdrücken darf. Soll ich granadieren? Scann doch mal bitte durch, weil da hinten sind noch gegen die sind nicht markiert. Ja, scannt euch. Jawohl. Sauber. So, okay, da würde ich sagen, hau die Granate rein, Crazy. Eins, zwei, drei, ich schieße dann auch. Und, eins, zwei, drei. Ja, schieße auf den Kopf. Boah, das hat er aber ordentlich abgezogen. Ja, ja. Zeiße, nachladen. Einer ist tot. Komm mal, erst mal auf den Kribbelmann, den Kribbelmann. Alle auf den Kribbelmann. Der ist gleich tot, der braucht nur noch einen Schuss oder so. Ja, das ist weg. Hilfe, da kommt einer. Alter, nachladen. Der ist fast tot, der Junge. Warte, ich schmeiß ne Granate hin. Ich hab'n, ich hab'n. Ja, schön. Den hat's voll erwischt. Ich hab keine Granate mehr, leider. Ich muss nach vorne. Ja, macht mal. Ich muss mal ganz schön den Fertigkeitspunkt. Ich hab schon wieder vergessen, den Fertigkeitspunkt zu dingsen. Und zwar werde ich die Granate... Immer schön auf die Rübe. Ah, der ist fast tot. So, ich hab' jetzt auch die Granate. Schön. Oh, Alter, schaut grad die Granate aus. Das war ja mal, take it easy. Immer schön auf die Nase. Ja, die Granate ist echt blöd mit Zielen. Da musst du am besten gedrückt halten. Ich hab' mal ne Frage. Wann laden die sich denn eigentlich wieder auf, die Fähigkeiten? Die haben einen Cooldown, das siehst du dann. Nee, bei mir sind die weg. Ich hab' schon seit tausend Jahren, äh, sind die nicht mehr wieder aufgeladen. Ich glaub' ich hab' echt... Ey, doch. Ich kann die nicht benutzen. Weder links noch rechts. Ja, das ist, weil du nen Bug hast. Ah. Ja, nach der Mission und wenn der Part zu Ende ist, geh' ich aus dem Spiel raus und komm' wieder rein. Weil ich kann ja nicht mal meine Granaten werfen. Das ist ja voll kacke. Die Granaten... Granaten haben ja nix mit der Fähigkeit zu tun. Doch, Haftgranate. Auf links und rechts hab' ich mein Schild. Okay, warte. Vorsichtig machen, die sind bestimmt hier wieder auf der Ecke. Aber die sind bei mir verbuggt. Ja, jetzt Quatsch, weil da zu viel los war, der Form. Äh, hier muss man keine... Da hab' ich mir nicht geduckt gehen können, ne? Na doch, du kannst ja von Auto zu Auto dich schwingeln. Elitik geht das... Achtung, 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 Achtung. Die sind ein Schafschutz, um alle gefurrt. Deckung, 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 Deckung. Schafschutz, oben auf dem Dach. Moment ist kein Durch. Da hab' ich nen Sniper-Gewerr. Scheiße, wir haben schon einen Weg sehen. Ja, weil wir vorhin schon gekommen sind. Teilzeit hätt ich nen Sniper gewährt, hätt ich nen wirklich Sniper. Ich hab nen Sniper, ich schieß auch schon. Der hat mich voller Wicht, der Sniper. Bin vorne an dem... Oh, oh. Nein! Oh, fuck, man. Ich komm hintergekrabbelt, ich kann nicht hintergekrabbelt kommen. Lass dich liegen. Da vorne ist halt kein Arsch, wir können mich nicht aufwecken. Oh, ich komm gleich in den Arsch. Ich hab diesen scheiß Sniper sofort aufwischt, Alter. Ja, ja, ja. Weg, 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 lauf zurück, lauf erstmal zurück. Warte, ich geh hier hin. Ah, ich bin schon wieder tot, scheiße. Wir müssen auf jeden Fall getrennt bleiben, also bisschen aufgeteilter, nicht so auf den Haufen. Oh, fuck. Kannst du mich retten? So, ich bin gleich wieder da. Moment. Ja, Moment. Ich bin grad in vollem Beschuss. Warte, ich bin gleich wieder da. Komm los, lad schneller. Meine Fresse. So, ich komm wieder. Fuck. Nein. Ich geh wieder da. Ich hab's nicht weggerotzt. Ich hab's nicht weggerotzt. Ich hätt mich auf. Ah, scheiße. Jetzt bin ich tot. Alter, voll in die Schuss. Lass sich die Zeit ablaufen lassen, lass aufregen. Ich hab die Zeit ablaufen lassen. Ich hab die Zeit ablaufen lassen. Okay, Warte auf wiederbelebt, weil sie sich kümmern. ich hab die Zeit ablaufen lassen. War direkt tot. Waaah. 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 Gegner. Ja ich hoffe, dass wenn ich jetzt wieder reinkomme, dass der Bug weg ist. Vielleicht kannst du mich ja dann nochmal aufheben, schnell. Pass auf Crazy, bei dir. Auf, Gegner. Geh zurück, renn zurück, renn zurück, renn zurück. Oh, falsche Richtung. Falsche Richtung. Renn zurück, Rivano. Du fällst gleich wieder um. Ja, ja, ja. So, kannst du mich aufhelfen? Boah, mal steigen. Ich drücke Kreis. Ach, vier, gehst du mir leben. Achso. Danke, 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 danke. Geh in Deckung, geh in Deckung. Halte sie nicht von alleine. Du hast ja auch so eine Scheiß, du hast hier kein freies Schussfeld, ne? Ne, ne, die Autos halten. Okay, vorrücken, vorrücken, vorrücken. Alter. Huiuiui, ich glaube. Achso, jetzt sind die Scharfschützen auf dem Dach. Ah, meine Fähigkeit ist sie wieder da. Ich glaube, das hat sie schon erledigt mit dem Bug. Achtung, Scharfschützen jetzt auf dem Dach oben. Ähm, ich werde eine Granate hochwerfen. Crazy, wir machen das gleichzeitig. Du wirfst auch eine auf den. Schieß genau auf den drauf. Wo bist du? Ach, da hinten bist du. Siehst du den oben, den Scharfschützen? Ja, ich habe einen Sniper. Ich hole ihn runter. Nein, warte. Ach, Mann. Ich habe doch Sniper. Ich habe gesagt, warte, Mann. Wir machen doch viel mehr Schaden mit zwei Granaten, Mann. Ja, aber der haut doch trotzdem ab. Na, das ist doch egal. Trotzdem machst du. Mein Gott, da musst du trotzdem drauf sparen. Hat nichts gebracht, dein Sniper-Schuss. Sind los. Ja, der ist in Deckung gerade. Ja, der war die ganze Zeit. Normale Granate. Nee, warum nicht? Das stand da oben. Ich hätte zu begriffen. Ja, aber die Granate fällt doch hinter die Deckung. Nein, du kannst doch genau... Mensch, wir haben doch unsere Haftgranaten. Ja, habe ich doch auch. Warte, ich schmeißen mal eine normale Granate. Ja, sauber. Oh, er ist runtergefallen. Ja, das war meine Haftgranate. So, habe ich es wieder gut gemacht, ne? Wo ist er? Ne, ist die Worte. Ah, drin. Wir hätten den besiegen können, gleich. Wo sind wir jetzt hin? Ja, ich klipp jetzt. Fuck. Ich seh den nicht, Alter. Achtung, der ist wieder oben. Ja, der ist unten. Der ist... Ach, der klettert wieder hoch, oder was? Da ist noch einer. Sind zwei Schafe. Batsch. Achtung, unten ist einer. Achtung, unten ist einer. Genau. Auf den schieß ich doch gerade. Oh, ich schmeiß mal eine Granate zu dem da oben hin, oder? Ne, kann. Ich habe keinen. Oh, der Haft... Haftgranate. Sauber. Ah, schön. Das war gesnipert ohne Ende. Warte, jetzt wird einfach vorrennen. Warten. Ja, ich will nur mein... Achso, das ist ein Seil ist das. Ich dachte, das wäre Loot. Ja, hier ist Loot. Ja, da kommt man da hoch. Warte, mein Loot hat er aber oben auch ausgespuckt. Moment, ich geh mal hoch. Ja, ich geh auch mal hoch. Voll geil, wie war da hoch. Wie komisch aus. Das war ein... MacGyver. Hier ist noch eine Kiste. Hier ist noch eine Kiste. Oh, Kiste. Hier ist noch eine Kiste. Ja. Hier ist noch eine Kiste. Oh, oh, ein... ein blauer, weil ich dran war. Ein blauer... blauer Schoner. Wow. Ich habe nur einen Schutzrucksack blauer. Wie gesagt, du musst echt aufpassen, wenn einer die Kiste öffnet, dass du dich gleichzeitig machen und sagst das Problem wie ich, dass du da gar nichts mehr kriegst. So, ich rüste mich mal kurz aus, weil ich habe nämlich einen blauen Knieschoner. Oh, der ist aber Stufe 6. Blauer. Ja, ich habe blauer. Ich habe blauer. Ich habe blauen Rucksack, der total schlecht ist. Ja, kann ich wohl nicht. Auch blauer. Okay, wir werden jetzt mal ein bisschen... Oh, die kann ich sogar benutzen. Achso, ist ja das noch am Ausrüsten. Aber, das läuft gut. Also, muss ich sagen. Kann man nichts sagen. Geh mal weiter. Mh, lass ich noch mal scannen, ne? Captain, Sie wollen den Tunnel stürmen. Die schießen auf alles, was sich bewegt. Oh Gott, die sind wie ein Heuschreckenstahl. Lass Sie mich durchbrechen. Ruhe, habe ich einen Sniper. Ruhe, Funkspruch. Ruhe, Funkspruch. Ich habe keinen Wasser. Immer schön in Deckung bleiben, Leute. Da oben sind ein Haufen Gegner. Mh. Achtung, ich scanne durch. Ah, falscher Knopf, oder? Oh, ganz guter Sniper. Okay, vorsichtig machen. Ich gehe vor zu dem Schwarzen da vorne. Pass auf. Gib eine Deckung, falls irgendwas passiert. Oh, da hinten sind auch noch Haufen Gegner. Hier hinten, ihr Vögel. Ich will mal vorrennen zu euch. Okay, wollen wir, oder? Scheiße, 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 da kommt einer runter. Ich habe ihn mal angezündet. Ich bin auf die Leiter hoch, ne? Ich bin auf die Leiter hoch, ne? Ja, wie sind die? Die sind da oben, ne? Alter, aber ist auf rechts hier oben. Oh, da hat genau das Schussfeld auch nicht. Oh, wir sind schon wieder alle auf dem Haufen. Warte, ich gehe rüber. Ich gehe rüber zu dem anderen Auto. Wieso auf dem Haufen? Weil wir alle auf dem Haufen stehen. Oh. Oh. Gliber ein bisschen flankieren. Keinein, ich muss die Wache wechseln. Keinein. Ich muss zurück. Falsch. Oh, ich bin erschossen. Ist einer hier von euch? Helfe mir bitte. Ich bin hier. Ja. Wo bist du denn? Bleib dort, bleib dort, bleib dort. Ich komme, wo du sein? Da. Oh, ich komme. Okay, Onkel Nocci. Ah, der Scheiß Scharfschütze, du. Irgendwas hab ich getroffen, war sofort instant tot Okay, danke dir Da oben ist der Scharfschutz, Achtung Da hab ich ja gesagt, da oben gesagt Ja, müssen wir mal zuhören Ja, ich hab ihn ja schon gesehen, die beiden Wir werfen mal eine Haftgranate da hoch Achtung Ich glaub, wir müssen uns treffen Ich probier's Ja, das hat nicht viel gebracht Warte, ich sniper mal Aber das war nicht meine Ich hab ja auch ein Zimmer Boah, Alter Einmal getroffen, ne Direkt schon, Energie im Arsch Schön Oh, er kommt runter Oh, shit Achtung Was genau bei mir Nein, Mutti alle Oh, nein Kann ich's nur machen Boah, ist das Aufregen gerade, liebe Freunde Ich glaub das gar nicht Ich glaub das gar nicht, ja Da hinten ist noch so ein Penner Oh, shit, da kommt Vor allem schießen die auch auf die anderen, ne Ja, den haben wir Sauber Aua Ah, fuck Scheiße, ich hab nix mehr zum, ich hab nix mehr zum, zum heilen Ja, ich auch nicht Deshalb, ich hab einen Schuss abgekriegt und war schon direkt im Arsch Ich schnapp auch nicht weg Die Sau Gut, dass ich n Karabiner jetzt gekriegt hab Hat nur so Einzelschuss, aber egal, das zieht für den Schaden ab Boah, ich krieg aber den übelsten Schuss ab hier Ja, sowoll Oh, fuck Oh, fuck Ich muss hier weg Da liegt doch ein Medi Jeder kriegt was anderes, wie gesagt Das siehst du Au Oh, ich nicht Okay, also die sind da vorne, ich kann jetzt grad, hab keinen Schuss fällt Ich geh mal jetzt, ich muss mich mal zurückziehen Oh, alle Geh mal hier an den Pfosten Hab ich vielleicht mehr Schuss Die Scharfschützen, die kleinen Säcke da hinten Oh, scheiße, Ficksa Ja Ich glaub, einer ist noch, ne? Bei Scharfschützen noch Noch mehr Fuck, daneben Ja, wo ist denn der Sack? Boah, der blendet voll Okay, der ist weg Oh, nein Da ist ein Sniper Sniper da hinten Ja, ich bin die ganze Zeit den am bedienen Erwescht Nochmal, yeah Sauber Weggerotts Achtung, ich rück vor bis an Ne, warte mal Da kommt der Gegner Ich rück nirgendwo hin Warte Das tut Okay, ich rück mal vor bis zu dem Bullenwagen Achtung, 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 Achtung Oh, fuck, genau jetzt kommt einer angerannt Warte Da kommt eine ganze Armee Oh, nein Oh, die haben mich noch großen Hilfe Dauer Da müssen wir crazy sich drum kümmern, weil wenn ich jetzt hier und zurückgehe Ja, ich, bitte Warte, 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 warte Direkt Sniper da, danke dir So, der Sniper ist weg Ich rück mal vor den Bullenwagen Ich rück mal vor den Bullenwagen Ach, der ist ja gleich hier Ich rück mal vor den Bullenwagen Ach, der ist ja gleich hier Ich hab eine Brenngranate geworfen Wow Warte Haft Achtung Zurück, 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 zurück Die kommen hier um die Ecke Die kommen von der Flanke Die kommen hier um die Ecke Die kommen von der Flanke Er wird Warte, die sind geblendet, los, drauf,ölzen, alles drauf So, ich musste gerade nachladen Aber dann wird So, morgen Schöne Warten Das Ding là Da muss man Oder Moderne Jakome Die die die, 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 die Ich hatte wieder keine Medi bekommen Echt nicht? Ich hab zwei Stücke gehabt. Einen musste ich gleich verwenden. Die Waffe macht echt leer. Aber ich hab eine Kanade gekriegt. Ja, ich will nur den Typen töten. Du sagst wenigstens, wenn du vorrückst. Er ist tot. Captain Benitez, hier spricht Fei Lau. Wir sind Division-Agenten und haben die unmittelbare Gefahr neutralisiert. Ich lege sie auf unseren Funk, dann können sie die Unterstützung dahin dirigieren, wo sie gebraucht wird. Das sind gute Nachrichten, aber es gibt auch schlechte. Ein paar dieser Kerle sind durchgebrochen und bringen Sprengstoff an den Schleusen an. Die wollen raus, koste es was es wolle. Und sie wissen, was uns bevorsteht, wenn diese Bomben hochgehen. Okay, dann hab. Wir müssen jetzt noch die Türen rein. Ich nehm mir eine ganz gute Idee. Mal ganz kurz ausrüsten. Ob wir was Neues haben. Ich hab, glaube ich, nichts gekriegt. Ich hab bloß wieder eine sinnlose Jacke bekommen. Ich hab Munition und alles bekommen. Ich bin wieder fit. Durchführer meiner richtigen Woche in den Soki. Okay, wir sind drin in dem geilen Tunnel hier. Daylight. So, wir sind Vorsichtiger jetzt. Wo ist der Kursi? Ich bin hier, Sniper 4. Ich bin außen einfach. Achtung nach hinten, stehen wir schon. Ich werde mal kurz, ich bin hier in der Polizei-Rotow. Nein, ich hab die falsche Traste gedrückt. Warum schießt ihr denn schon? Ja, ey, du hast doch falsche Granate geworfen. Du hast doch schon Granate geworfen. Die, die haben auch geschossen. Die haben auch geschossen. Oh, ich dachte, das ist Granate. Wer ist die hat geschossen? Ich hab überhaupt nicht geschossen. Äh, Quatsch, Rivadu bei mir nicht. Die haben aber auch geballert. Nein. Aber die Haftgranate ist legendär. Der ist festgesetzt, wir haben ihn. Jetzt ballert drauf. Boah, Leute. Alles gut? Naja. Brenn, ich brenn. Brenn. Geh doch mal weg hier. Jetzt kommt das schon wieder meine Deckung. Das sind zwei. Für zwei Leute Platz. Einer ist weg. Oh, weg. Okay. So, Achtung, jetzt können wir bestimmt, äh, jetzt müssen wir bestimmt geschickt. Sie schickt sie. Hier ist eine Munitionkiste. Einmal auffüllen. Ach, ne, Gott. Hatte gerade gesagt, wie, sie sollen wir jetzt beschützen? Ja, eben. Und ich dachte, jetzt kommt schon einer. Wer sind das? Achter unten ist einer von den anderen. Wo ist eine Kiste von, ne, Auffüllkiste. Wo ist eine Auffüllkiste? Achtung, deckung suchen, deckung suchen, deckung suchen, deckung suchen, deckung suchen. Kommt doch bestimmt von da oben, ne? Ich hoffe. Ja, kommen sie, ich sehe Schatten. Achtung, Feuer! Dein der Arsch voll. Los geht's. Aua, 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 aua. Ach, nicht dahin. Alter, wie versteckt denn der ein? Alter, hinter mir, ey. Hilf mir, hilf mir. Rewano, kannst du... Ach, ne. Oh, ich, ich, ich gehe krachen. Rewano, kannst du zu mir kommen oder soll ich zu dir kommen? Oh, er ist tot. Ich komm, ich komm, ich komm. Oh. Danke. Boah. Boah. Alter. Warte, ich versuch mal beim Sniper oder ich glaube, was ist. Der hat, der hat eine Panzer vor, ist der Penner. Boah, ich bin tot, scheiße. Kann einer kommen und drücken? Drück, bitte. Oh, ich bin gerade voll im Beschuss. Hat sie wieder belegt, danke. Jawohl, voll immer auf den Kopf, dann sind die sofort tot. Da können die sonst wie stark sein. Ja. Auch weg. Oh, Haftgranate. Und der gelbe. Boah, der gelbe, den kriegst du hier nicht tot, ne? Den kann ich auch nicht sniper, ne? Ah, jetzt. Ja. Ja. Da liegt doch was. Ach, da kommen noch mehr Feinde, kommen noch mehr Feinde. Ja, ich wollte nur aufsammeln. Ich will mein Lot. Zurück, zurück. Zurück, zurück. Pass auf, da kommt, da kommt, da kommt ein Dingsbums, ein Knüppelmann. Du wüsstest, wie gefährlich. Erstmal alle auf den Knüppelmann, los. Knüppelmann. Knüppelmann tot. Ja, wieder einer tot. Ich schmeiß mal ne richtige Granate, warte mal. Boah, wenn die Waffe mal nicht so verziehen würde, die Dreckswaffe. Ach, scheiße, war nur ne Blödgranate. Kacke. Ja, schöner Platz. Ich hab hier kein Schussfeld. So, schon besser. Komm raus aus deiner verkackten Deckung, du Pisser. Warte, ich schmeiß was hin. Warte, ich geh mal hier ein bisschen außenrum und höll den mir mal. Ja. Okay, Sachen einsammeln. Einfach nochmal durchgerannt. Ich hab keine Not gekriegt. Gar nix. Was ist denn mit dem hier? Achtung, Knüppelmann. Ah, die alte schießt jetzt mit. Los, alle auf den Knüppelmann. Noch zwei Knüppel, wir noch. Kann ich schießen, noch nachladen. Ja, Knüppelmann, eins ist tot. Zwei Knüppelmann, zwei ist auch tot. Bitteschön. So, ich hab auch was. Das sagt die unorganisierte. Links. Was? Linke Seite. Das hast du jetzt gesagt, warum? Boah, der hat eine MG oder sowas, ey. Der hat eine Panzerfaust. Der rastet ja richtig aus da hinten. Hinterm LKW ist einer. Ja, ja, schön auf dem Kopf, immer. Das ist ein Gelber. Elite. Ich glaub, ich mach mal hier weg, weil ich glaub, der Rewaner oder irgendjemand schießt die ganze Zeit auf den Rücken. Ne, ne, das ist unser super Verbündeter. Das ist hinter, hinter, hinter uns. Verbündeter. Weißt du's? Locken nur nicht weg, Sniper, ne? Die Sau da hinten. Warte. Ist zu weit weg. Ich treff. Ja, ich treff zwar auch, aber es sieht nichts ab, wird zu weit weg. Ach, stimmt. Schön, ja, ist tot. Jetzt hab ich ne Granate ingeschmissen. Mit Roy Bennett zu reden. Ich hab da gesagt, ich hab keine Granate geschmissen. Warte, Moment, ich komm schon. Ich hab keinen Loot gekriegt, null. Ich hab nur ne scheiß Blankkanade bekommen. Der hat nix, richtig. Sehr schön. Ich hab nur, nur Medikip. Geile Mission, echt geil gemacht. Ey, das macht da richtig Bock. Geil. So am besten noch mal auffüllen hier. Ja. Ey, wir sollten vielleicht auch Pause machen. Ja, es ist Ende jetzt hier der Part. Okay, ja. Ich würd sagen, mit denen sprechen wir später. Ja, ist spannend. Im nächsten Part. Ich schau mal hier oben dieses, diesen Dings. Oh, voll. Okay. Okay. Ja, dann würd ich sagen, im nächsten Part geht's dann hier an dieser Stelle weiter. Wir sehen uns dann morgen. Und, ja, schaut überall mal vorbei. Links natürlich in der Videobeschreibung. Und da würd ich sagen, bis denn. Ciao. Ciao.